Hallihallo, liebe Ramba, Zamba, Videodeal, Freunde. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was machen wir eigentlich? Videodeal. Liebe Freunde, wir haben wieder einen Mega-Deal am Start. Wir haben die Hütte voll mit jede Menge Deals. Die nächsten Tage kommen viele, viele, viele neue Deals. Da sind auch Weihnachtsdeals dabei, weil da viele Fragen. Dann Haushaltsdeals, Fressdeals, lecker Schokolade-Deals, Weihnachtsdeals. Also da kommt jede Menge, oder? Also, wir fangen heute an. Passend jetzt genau richtig zu der Zeit, die jetzt ist, haben wir einen Deal am Start von der Firma Easymax. Easymax ist ja Easymax, ist ja easy, ist ja einfach. Easymax, Alken-Intensiv-Entferner. Da sind zwei solche Flaschen drin in diesem Deal. Alken, Pilze, Grünbelag. Da kannst du deine Gartenmöbel, deine Terrassenfliesen, Balkonfliesen, Holzgartenmöbel, Kunststoffgartenmöbel, Markisen. Alles, was Grünbelag, Pilz oder sonstiges angesetzt hat. Bevor du das jetzt einlagerst und deine Haupen drüber machst, kannst du erst mal hier sauber machen, reinigen. Und zwar vom allerfeinsten. Das Ganze ist ein Konzentrat. Bis 1 zu 10 kann man das abmischen. Das sind zwei Flaschen in einer Kiste. Kostet im richtigen Leben, ich glaube, 29,95 war mal der UVP, der normale Ladenverkaufspreis, bei Seen on TV im Fernsehen verkauft. Wird natürlich dann schön präsentiert. Noch viel schöner, wie wir das machen, von vielen schöneren Frauen. Und die können noch schöner reden. Bei uns gibt es ja den gleichen Artikel, nämlich hier. 20 Liter gibt es ja umgekehrt, diese zwei mit dieser unglaublichen Spritze dabei. Das sind diese Drucksprühflaschen. Da kann man natürlich alle Möbel, alles mit einsprühen, kann das Konzentrat hier reinfüllen und kann natürlich alles fix und fertig machen. Man kann es aber auch in der Gießkanne machen, großflächig begießen. Grabsteine zum Beispiel. Kann man damit auch schön machen. Die Grabpflege, wenn du Steine hast, wo man den Algen, Moos und so angesetzt ist, und einfach aufsprühen und nichts machen. Nach 3, 4, 5 Tagen ist das alles blitzeplank. Nicht schrubben, nicht schrubbeln, nicht machen, nicht tun, nicht abbürsten, einsprühen und vergesse es. Und das wird blitzeplank. Das Ganze 29,95. Wir haben es online unten drunter in den Kommentaren mal gepostet, was es jetzt online billigstes kostet. Bei Ebay, Amazon, weiß ich mehr. Wir haben unten die Screenshots 12,99 Euro. 12,95 Euro plus Versand. Wir machen 12,12 Euro. Da sind wir schon mal billiger plus Versand. Da sind wir schon mal die billigsten online überhaupt. Also wir sind schon mal billiger. Sagt der eine oder andere, Rambazamba, die machen doch immer super billig. Ja, ist doch schon billiger. Was wollt ihr denn noch mehr? Reicht doch mit der Spiele. Nein, das sind natürlich nicht Rambazamba oder wir wären nicht Rambazamba, wenn wir nicht richtig Rambazamba machen würden. 12,12 Euro. Ihr kriegt ein Set. Billigstes 12,99. 29,95 war der Preis. Und ein zweites Set. Das zweite gibt es geschenkt obendrauf. Geschenkt. Gratis, kostenlos. Dem geschenkten Barsch. Guckt man nämlich nicht in die Chiemen. Ja, also zwei Set. 12,12 Euro. Zwei Set. Oben, unten, hinten, vorne klicken und bestellen. Und denk mal an deine Freunde, Familie, Nachbarn, Lieben, wen auch immer, die vielleicht auch sowas brauchen können. Okay? Eins kaufen, 12,12 Euro. Zweite geschenkt. Oben, unten, hinten, vorne klicken und tschö. Tschö.